Vergangene Woche war der Strom in Kuba für mehrere Tage ausgefallen. Nun hat das Land auch noch mit den Folgen von Hurricane Oscar zu kämpfen. Beim Durchzug des Wirbelsturms mit Windgeschwindigkeiten von fast 130 Stundenkilometern kamen im Osten der Karibikinsel in der Provinz Guantanamo sechs Menschen ums Leben. Oscar richtete außerdem schwere Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur an. Unterdessen gehen die Arbeiten an der Stromversorgung offenbar voran. Etwa 90 Prozent der Menschen in der Hauptstadt Havanna verfügten wieder über Strom, teilte der Energieversorger mit. Außerhalb Havannas bleiben den Behörden zufolge aber weiterhin viele Menschen ohne Zugang zu Elektrizität.